So, wir sind wieder zurück, GTA Online, ich glaub sogar Folge 100 Juuu, 3-stellig! Wuuu! Und ähm... Schön, dass die freaking Police ist Ich geh da mal! Tschüss! Komm! Ja! Ja, das hat ja ein bisschen sogar gebracht Ich hab keine Wusse mehr Skalierbeeren So Achtung! Ja, ey! Ah, ey, nein! Ich wollte... Ah, lass mich in Ruhe! Okay, warte, ich versuch den Heli angemeldet zu bekommen Mach ich schon! Cool! Dann nämlich die anderen Phones ich nehme hinter uns ich muss jetzt necken wenn jemand eine pause braucht sagt er bescheid ich habe hinter uns alles im blick hier zur flucht zu zurück ich kann die machen wir zu fischer ok hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir einer muss ja ich gehe weiter gehen wir stehen bei mir stehen chris ich habe den rücken du hast fast eine dreiviertel million und ja deswegen beschweren kann man auf der ehr weniger das schlumpf Prozent 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 Wetter mal Milchstattung ich kann auch fahren Oh Gott Prozent Das ist falsch, Patrick. Nein, nein. Es war Nassen. Egal. Wird schon. Ja, Hauptsache, wir kommen alle sicher beim Canyon an. Können wir die Polizei verlieren? Nein. Okay. Das wollte ich wissen. Wer fährt gerade zu... Wer hat ein Boot? Hm? Was? Ist hier da ein Boot? Ist hier ein Boot? Ach nee, dann müssen wir. Ja. Nee. Ja, nee, Chris. Gerade kamen ja Polizisten von beiden Seiten auf die Seite. Hi, du. Suchensohn. Und wir haben zwischen den beiden gefahren. Ja, danke. Hallo, was? Und der Polizist möchte jetzt mich? Ja, aber auch hier. Schade. Ich fahre. Ja, jeder fährt selbst. Oder jeder fährt selbst. Das geht auch. Bringt sonst nichts. Ja. Ich hab die so in Matrix-Zlike abgeschüttelt. Und ich bin einfach richtig schön zwischendurch gefahren. Ja, und als ich 3 gedrückt habe, ist er halt bei Decoy einfach aufgestiegen. Ja, wir haben ja jetzt eh den Checkpoint dort. Von daher... Das ist kein Problem. Dreiviertel Millionen. Geht klar. Und es wäre sogar besser, wenn wir nicht alle zusammen fahren. Nee, sowieso. Äh, genau. Äh, genau. Na, aber gut. Ja, aber das hat Lester gerade auch gesagt. Wäre es anders ausgegangen, dann hätten wir jetzt viel mehr Cops. Und Max weiß, wie viele Cops wir gehabt hätten. Ja, genug. Wir würden jetzt nicht in Ruhe fahren können, Chris. Du bist ein oder? 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 Oho! Deine Chris! Kein Ding. Chris, meine super. Ja. Ich bin so froh, dass wir niemanden umgebracht haben. Zehn. So, du hättest überall, äh, Straßensperren. Wow. Einfach so'n scheiß Holzfeiler. Fuck! Dich hab ich nicht gesehen. Ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Wo ist meine Maschine? Nein, nein, rechts, rechts, rechts. Fuck. Oder ist deine Maschine kaputt? Nein, nein. Ich bin gegen den Holzfeiler gefahren. Hier ist sie, hier ist sie, hier ist sie, hier ist sie. Ah, danke. Weil ich hab dir ja gesehen, wohin die geflogen ist, deswegen. Das ist gut, feiler. So, Schauts. Pass auf, Cops. Ja, ja. Ich hab dir gerade geholfen, mein Lieber. Danke. Ach, komm! Ich wollte dir eigentlich sein, wenn du die größten auf mich lenken hättest. Ja. Nein, deswegen bin ich ja stehen geblieben. Bin nochmal zurückgegangen ans... Ja. Ist ja eigentlich die größtesten, würde ich sagen. Ja, scheiße. Ich bin tot. Alles rumfahren. Naaah. Schade. Naaah. Wenn ich jetzt mal mehr merke, jetzt ist... Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 500.000. Ne, 600 noch was. Ne, jetzt ist deshalb 500 noch was gewesen. Ja. Also hoffentlich ist es beim Checkpoint wieder 600 oder irgendwas. 700. Na, guck mal. Mal sehen. Und wenn nicht, dann mein Gott. Wir machen es ja für den Spaß an der Mission. Genau. Oh. Wenn der irgendwann nullsteht. Nein, ich bin nur wegen dem Geld hier. Hahaha. Möglicher Anteil 250.000. Ja, die werden es nicht. Guck. Naaah. Wir cutten uns das. Einfach. Warte. Warte. Naaah. Schade. Stratz. Bremse. Verhüt. Du fährst wieder Offroad. Wut. Wie immer. Fuck. Mann. Wovon die eigentlich ist denn? Ich weiß es nicht. Jedes fucking mal. Weil wir haben den kürzesten Weg hier. Ja. Ja. Aber... Weil den gleichen Weg fahren sie doch auch immer hat. Nein. Also... Nicht unbedingt. Warum ist dieser Verkehr so maniac? Ja. Weil Rockstar keinen guten Verkehr programmieren kann. Ja. Ja. Alles klar. Alles klar. Natürlich. Wirst du da umgefahren? Ja. Wurde ich. Nein. Ich hab's. Ich wurde umgefahren. Wurde ich. Von einem fucking MPC. Das ist so in Australis. Ja da. Ich komm wieder. Ich komm wieder. Fahr dir schon mal weiter. Hast du schon ein anderes Fahrzeug? Ich hab wieder das selber. Scherz. Ja. Alles klar. Ich werde mit 5 km abgefahren. Mit einer Bremse. Fliege über 8 km weit. Ich hab die Fotokreffen fucking MPCs überfahren. Zweimal hintereinander. Ah. Ah. Was soll ich dagegen machen? Hör auf die Lach zu laden. Romm ich hör zu dir vom Hals. Danke. Und ich bin weg. Eine Ahnung. Mit der Tieren. Na. Fick dich. Ich hab genau gesehen, dass du es auf mich aufgesehen hast. Du scheiß Bulle. Hey. Wieso? Das ergibt keinen fucking Sinn. Wieso fall ich da runter? Du darfst einfach drüber springen. Ich will mich das Spiel verarschen. Wo ist mein Bike? Ah. Oh nein. Kommst du wieder? Ja. Fahr doch. Es ist auf einem Motorrad. Ja. Fahr doch. Nicht in den Gegenverkehr. Bin ich bescheuert. Oh fuck. Ich bin falsch abgebogen. Wir haben ein Problem längst die Wandersung. Keep going. Keep going. Don't worry about the cops. Worry about getting to the canyon. Den. Maaaannnnnnn. Ohhhh. Ja, du Heddy war die ganze Zeit hinter dir. Es gibt aber auch keine sichere Möglichkeit wie du den Heddy da runter bekommst. Das ist das Problem. Hast du nicht. Ich glaube 550 ist so das Mindeste, was wir kriegen, das geht nicht mehr runter Schade, jetzt lächst du eigentlich Naja Dicor, wo fährst du eigentlich lang? Rein da euch her Ey, nicht hinter mir, ich fahre einen komplett anderen Weg Ja, so zwei von euch fahren rechts rum Ich bin gerade links rumgefahren, hinter euch beiden Ja, dann liegt wir gerade bei uns Das hat mir aber den Hintern gerettet Ja Und ich hab Chris gespät Ja, und ich fahr halt woanders hin Damit ich irgendwann dann Offroad komme Oh, ja, gut Ja, ich war schon Ich war schon Ich war schon auf den Bikes Ich möchte bei jemandem einsteigen Nein Ich möchte nicht aufsteigen Mann Mann Du musst du gerade nochmal abdrehen Der ist schon losgefahren Weißt du sonst Sonst wenn jemand losfährt Sagt das Spiel Ey, nee Kannst du nicht aufsteigen Kannst du nicht aufsteigen Okay, gut, aber ist gut, dass wir jetzt so gestaffelt fahren Ja, wir bewegen uns doch schon, Lester Ja Es ist gut, dass wir so gestaffelt fahren So kann nach, äh, hier, wahrscheinlich kommen Wenn jemand weiß es abaut Ich bin einfach mal sehr riskant gerade nach oben gefahren Äh, unten sind's Leute Die versuche ich fernzuhalten Es geht Es geht Er hat mich hinter den Weg Ich hab's ja gesehen Ich hätte da oben bleiben sollen und, äh Ja Ich hätte da oben bleiben sollen und, äh Ja Das ist ne Pech Aber gut, das kann in der Straße ein bisschen Ich weiß halt nur super wie Du so gesagt hast, oh ich bin die ganze Zeit da oben gefahren Ja, das probiere ich's Nee Jungs, ich fahr nicht mit euch Das klappt Das klappt Das klappt Achja, so hatte man den Heli unter Kontrolle bekommen Nein Ich bin tot Warum müssen eigentlich immer zwei sein Ist das zwei Helis? Nee, zwei Autos Einem Auto kann ich wegfahren Aber nicht, wenn sie von beiden Seiten kommt Ähh, komm Wenn wir's jetzt nicht schaffen dann geht's in die 101... 100 1. Folge Wenn man einmal Offroad kommt dann ist es okay Ich find's am witzigsten, dass der Banküberfall an sich, total einfach für uns war Aber die Flucht das schwerste ist Aber die Flucht das schwerste ist Äh, ja Ich finde's am witzigsten, dass der Banküberfall an sich total einfach für uns war das ist aber immer so ist das erst mal alles nehmen willst du absteigen? ich drück die ganze Zeit 3 der meinte erstmal ja ich muss meinen Helm aufmachen das ist wichtig fahren wir mal die Richtung mal gucken ob das besser ist so ich guck ob es hier irgendwie etwas gibt wo ich ja das war gut ich bin an der Bank wieder vorbeigefahren da stehe ich keine Polizisten mehr mann was los ja mann natürlich ich hab doch mann BENDY ich hasse es so sehr oh scott ist das dein ernst ist das dein ernst Andy immer noch oh cool wer ist da vor mir das ist zu schluss zu sein okay mann jetzt hör mal was soll ich da machen? die hat mich in der Luft weggehauen die hat mich in der Luft weggehauen okay Leute wir sehen uns in der nächsten Folge tschüss tschüss tschüss